Was machen wir? Du bist schliffen? Ja, ich mach die Server jetzt alles zu, wir fahren morgen weiter. Jetzt? Einfach. Wenn man mit Pat den Tag mehr trainen kann, weil er Angst hat. Pat hat sich seinen PC mit in den Urlaub genommen. Was glaubst du denn? Ja, natürlich. Da ist noch ein Leifer der. Malin wird nicht Finalist jetzt sein. Ich mach nämlich den Rechner durch die Flugzeugkontrolle. Auf Schulter, Junge. Boah, die Zeit kann man mal fahren, ne? Ist nicht nur ein... äh... 3,59? Sieht mal so? TB? Ist da 53,9,8 oder sowas, ne? Naja, irgendwie sowas. Oh, 0,1 hinter wäre, ne? We going. Jux dreht auf, ne? Ja, Jux kann auch noch weiter kommen, ey. Jux kann eh noch weiter kommen. Weil wenn Malin 2-3 Finalist ist, weiß ich nicht. Alle 12 Punkte jeweils dann immer auseinander. Fand ich egal, der braucht nur ein Ziel fahren, ey. Na gut, aber wenn der Erster wird, hat er halt mehr Chancen, weil er mehr Versuch... Ja, der alt klaut den anderen ja noch runter dann. Oh ja, okay Jungs, alles klar, man. Cool, sorry. Ja. Du bist nicht so cool wie wir, du denkst nicht so weit, ne? Bist nicht so... Bist nicht so ein Denker. Ja, jetzt haben wir ihn noch ausgerechnet, ey, ne? Ah, jetzt ist er weg. Ah, den geht jetzt noch vom Server, da muss noch ein bisschen trainen. Mental vorbereiten. Warte zu vernichten. Zu vernichten. Zerstörer, Jun. Ey, Jux lässt ihn doch bestimmt gleich vor, ey. Ich hoffe, er lässt ihn gleich vor, den Marlin. Macht er sowieso. Ich verstehe gar nicht warum. Ich verstehe auch nicht, weil Jux dann auch selber gewinnen kann. Timo, er hat das nicht erlaubt, Junge. Gartner darf, finde ich ziemlich krisch. Ja. Würde mich richtig aufregend. Also, wenn ich jetzt Punky hat, wäre so... Mir wäre das egal, ich werde sowieso immer Erster. Tim, deswegen hast du ja jedes Mal den zweiten Platz überlegt, was... Nein, einmal habe ich gegen Punky gewonnen, ja? Ja, weil du auch nicht mit dem Hingefahren bist. Punky ist abgeflogen. Ja, okay. Abgeflogen, jetzt mal an. Ja. Aber damit ist er raus. Er kann das nicht mehr gewinnen, wenn alles normal läuft. Ich glaube, Marlin gewinnt. Also, auch wenn nichts vorne ist, Marlin gewinnt, glaube ich, die Runde. Ja. Außer Marlin kriegt jetzt so richtig Rennstein-Bug. Jetzt, zack, weg. Ja, okay, jetzt hat er die Runde. Ah, das hätte er sowieso gekriegt. Ja. Ja. Jetzt fliegt er aus der Wall. Extra ganz hochgefahren. Ja. Schrauben wir schon mal Marlin ins Grand Final, ja? Ja. Ja. Kann mal 6 sein. Oh. Wenn Schüks jetzt gewinnt, wird's richtig spannend, weil dann sind beide Finalisten. Und die fahren noch auf der Map, ne? Also, ich glaube, das ist die vierte Runde. Ja, ja. Weil auf der anderen würde Punky, glaube ich, gewinnen. Auf der anderen war der immer gut auf dir. Das wäre die von dir wäre. Oh. Punky ist ab. Oh, Mann. Punky muss jetzt noch reinkommen. Wenn nicht, glaube ich. Wird eng. Halt wieder kein Speed. Oh, Jux, leider. Ja. Ah. Ah. Aber er hätte trotzdem genug Speed. Er hätte auch nur Vorsprung, dass der 12 Sekunden werden nicht reichen, glaube ich. Oder? Hm. 15 Sekunden oder 13, irgendwie sowas hat der. 12-13 Sekunden hast du. Könnte richtig knapp werden. 14. 15. Das wird knapp. Ne. Traff doch nicht. Doch. Ne, doch nicht. Der war mies. Ah, das ist halt bitter. Hä? Hä? Ne, war doch einer dann. Oder? War noch einer? Ich weiß es nicht, ey. Ich hab nicht mitgezählt. Warum ist Jux im Speck? Keine Ahnung. Ich hoffe mal nicht, dass es jetzt 0-0 war. Ja, selbst wenn, ist ja egal. Wir wissen auch. Ja, klar. Aber trotzdem ist es jetzt irgendwie. Doch, 0-0. Ah, egal. Außerdem steht da bei mir bei allen. Ah, ne. Wir sind nur noch nicht gejoint. Ne, aber Jux ist im Speck. Warum ist Jux im Speck? Ja. Schreib mal hin. Punkte so. 144, oder? Ja. Und Finalness. Ja. Ja. Eigentlich einfach nur... Ich muss einfach nur Punky jetzt gewinnen. Die zwei... Also, die erste Runde damit beide finden. Das sind wir nicht. Aber ich würde nicht sicher, ob das der vierte One war. Ja. 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 Läuft bei uns. Ich weiß nicht, was du jetzt machst. Machst du jetzt Skip, oder? Ne, so einfach. Und jetzt skippen. Ha? Oder jetzt skippen und noch eine Runde noch fahren. Ja, ja. Weiß ja. Machst du jetzt Skip, oder? Rundend. Ja. Was ist das denn jetzt? Haben die anderen gejoint? Oh, der Punky hatte 144 Punkte. Ja, das ist jetzt eh egal. Der wird ja... Boah. Auf der einen hätte der bessere Chancen, glaub ich. Ja. Oh, ihr werdet ja noch mal bitten. Ja. Ah, das ist die Glocke wahrscheinlich das Passwort gar nicht, oder? Ja. Ein Fassenspec. Boah, er hat jetzt hier auch Sips Passwort. Die auch nicht. Oh Mann, jetzt ist er vom Server eingegangen. Jetzt kommt er gar nicht mehr rein. Ne, doch. Warte, ich hab ihn allein meiner Freundesliste, glaub ich. Warum ist das jetzt... Warum ist das jetzt... Ah, jetzt. Habe ich schon wenig in den Skriptmodus, aber dieser Rundmodus geht ja auch gut. Ich... 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 mtf hat auch sehr sehr jetzt nicht ja jetzt war da ein bisschen worauf ist denn länger wieso kommen jetzt eigentlich alle rein so jetzt aber das dumme ist du musst ja auch die mann mpg skippen partner wenn es nach der ja ja so falls ich gewinnt weiter hinten zwei kurven noch Risiko aber ein bisschen mehr Speed aber das reicht nicht ein fehler macht es durch oder ja ja also damit mal finale Patte, Finale